Warum haut mich das Feuer denn runter? Das ist heiß, okay. Aber das feuert mich doch nicht runter. Oh, Spiel! Okay, ich hab kein Gold mehr. Schön. Das ist toll, das freut mich. Alter, Vater, ey. Ich glaub's nicht, ne? Ich glaub's nicht. Also ich hab jetzt grad einfach wirklich das bestreben. Also das liegt jetzt auch nicht am Spiel, sondern das sind halt verschiedene Faktoren. Wo ich jetzt einfach nur denke, boah, ich will das Spiel einfach jetzt grad nur beenden, ne? Einfach nur fertig haben. Also der größte Faktor diesbezüglich ist der scheiß Hillenkelch, der mir jetzt hier wieder aufgezwungen worden ist. Was mir tierisch auf den Keks geht. Ernsthaft. Weil das nervt mich richtig grad. Aber merkt man, glaub ich, auch gar nicht an, ne? Und dann auch diese, diese Kacke hier, ne? Die lustigen Schwefelfässer. Wo man wirklich nicht den Hauch einer, den Bruchteil eine Sekunde Zeit hat. Achso, guck mal, so geht's ja auch. Äh, ein Silberschild. Ruhig. Ruhig. Okay. Diggdiggdiggdiggdiggdiggdiggdiggdiggdiggdiggdiggdiggdiggdiggdiggdiggdiggdiggdiggdiggdiggdiggdiggdiggdiggdiggdiggdiggdiggdiggdiggdiggdiggghdiggdiggdiggdiggdiggdigg... Man kommt da nicht durch. Es funktioniert nicht. Das ist krass. Ich weiß, ich versuch's immer wieder, aber das nervt mich hier auch grad mega, dass ich die ganze Zeit hier warten muss. Boah! Ich könnte ausrasten! Ah! Ja, okay, komm. Wisst ihr was? Ich verlass das Level jetzt einfach. So. Weil ich hab nur nichts geschafft in dem Level. Ich bin seit der gefühlten Dreiviertelstunde in dem Kack-Level. Oh! Und ich würde das Spiel grad am liebsten einfach zerstören, ne? Weil ich fühl mich grad richtig verarscht von dem Spiel, ne? Und von wegen, ich hab das nicht gut. Ja, komm. Ich will... Warum mach ich das? Ja, ich will dich speichern. Wofür? Ja, weil ich hab jetzt einfach nur mein ganzes Geld auf den Kopf gehauen gehabt. Das ergibt ja keinen Sinn. Ich renne jetzt auch einfach durch. Das ist mir jetzt scheißegal. Ja, ja. Schöne Kathedrale. Ich renne mit dir nicht. Vergiss es. Ja, okay. Ich sollte mir vielleicht dann doch zumindest schon mal ein bisschen Munition holen. Dann seh ich ja noch einen. Dann gehen wir jetzt mal hier hin. Ja, den Typen da, den treff ich da ja sowieso nicht. Ach, guck mal. Okay. Die Zubehörse trifft mich ja offensichtlich nicht. Angebot. Einmal schön die Gettlinge wieder vollknatschen. Den Rest der Waffen werde ich wahrscheinlich sowieso nicht benutzen. Den können wir noch... Ne, brauchen wir gar nicht. Hehehe. Ja, ja. Ist okay. Keine Bäh. Ja, siehste, hätte ich mir auch das Geld sparen können. Ja, nehm mal die Gettlinge raus. Bäh, 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 bäh. Ne. Okay. Ich muss einfach nur lieber diesen Zenit drüber. Ja, okay. Und manchmal klettert der aber auch einfach nicht hoch, ne? Es ist zum Mäuse melken. Ach. Hehehe. Bitte steht da einfach. Er lebt immer noch. Ja, okay. Super Perspektive. Ich sehe alles. Selten so was Cooles erlebt. Ja. Ja, guck nicht mal bitte an, wie schnell man hier hinkommen kann, ne? Das ist eigentlich auch ein anderes Pärbel. Mein Rüstenschwürfassdefekt, ey. Oh mein Gott! Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Warum kletterst du denn nicht einfach? Dankeschön. Meine Güte, ey. Echt. Es ist zum Gott sind. Danke. Es ist ja schön, dass ich auch festhalten kann, aber der Cliff wird hier nicht weiter. Ah. Nein, kli-kli-kli-kli-kli-kli-kli. Oh, nein, 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 nein. Ich hasse es. Ich will nie mehr. Ich will nie mehr. Ernsthaft. Ich will das, ich will das Schleppel überspringen, bitte. Okay, meinetwegen. Ich meine, der ist auch nicht geklettert, muss ich dazu sagen. Ich bin echt so kurz davor, denn komplett zu eskalieren. Weil mir jetzt hier alles so gegen den Strich geht gerade, ne? Ich meine, okay, die Laune, die schlägt sich natürlich auch auf die Spielqualität aus. Also ich brauche nicht mehr Scheiße, weil ich gerade irgendwie versuche, einfach nur, guck mal, ich konzentriere mich auch schon gar nicht mehr auf das Kackspiel, ne? Ah. Meine Güte. Jawohl, ja. Ja, alles klar. Okay, wir wollen uns dann irgendwie nach rechts zeigen oder so. Hä? Ich habe doch genau das Gleiche wie vorher. Was willst du denn von mir spielen? Ernsthaft, was willst du von mir? Ich kann doch nicht mehr. Wie ist das denn hier los? Achso, man kann... Okay. Ich wusste nicht, dass man einfach ein Dreieck drücken kann, dann blockt man. Gut. Den, 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 äh... Schreibe ich mir zu. Den Fail. Ist in Ordnung. Mein Elf, das ist viel zu viel. Das ist mir eine Scheiße. Ich bin bald Game Over. Schalalalala. Nee, 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 nee. Okay. Braucht mal ein bisschen Energie, ne? Ja, habe ich doch gerade den Dämonen gesehen. Wo war der... Wo war der Sack? Ja, wirklich. Aha. Nichts Böses hier, oder was? Okay. Einfach so eine Seele. Okay. Ich wollte schon sagen. Clear. Drei. Ihr habt doch luck gesucht. Ernsthaft. Nummer eins ist schon mal Date. Nummer zwei ist Dote. Nummer drei ist Dote. Ja, okay, die Gettlinger, die kann schon was. Dann muss ich ja schon zugeben. Aber ich wollte trotzdem mal die haben. Okay, das ist ja wie unten die Gettlinger, die wäre auf jeden Fall schon interessant. Und hier ist der gleiche Scheiß. Was hier wohl kommt? Da bin ich ja mal richtig gespannt. Oh, drei Dämonen. Für die Dämonen, ich glaube, sie sah sogar fast haargenau so aus wie die hier. Im ersten Teil gab es natürlich auch. Wir hatten mal so eine Schattenartigart dafür. Sesam öffne nicht. Ach, ich muss mal schnell einfach nicht mehr. Ach, okay. Aber trotzdem so ein bisschen Energie, da hätte ich jetzt alles andere als was dagegen. Huh, wo? Wer? Was? Bis auf jeden Fall zwei? Sag mal, hör doch mal auf, damit das... Okay. Ich glaube, das waren sie schon beide, ne? Ich hätte nur noch einen Schatten da gesehen. Ja, okay. Wohin zuerst? Ich versuche, mir von oben nach unten zu... Äh, von oben nach oben hochzuarbeiten. Och, guck mal, mein Leben ist schon gut. Oh, mein Gott. Okay. Ist ja wahrscheinlich mal tot gewesen. Du, 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 du. Ist das komplett einmal im Kreis? Ist das eigentlich ganz nice? Oh, mein Gott, okay. Da ist es okay. Ich will nur nicht runterfallen. Oh. Da muss man auch genau sein mit der Scheiße, ne? Ja, ich weiß, ich gehe gerade wieder zurück. Ich wollte jetzt mal in den Anfangsbereich zurückgehen, wo man da auch so hochklettern konnte. Vielleicht war es das. Ich denke mal, ich bin da einmal komplett rumgeklettert. Aber ich will lieber auf den Musiker gehen. Genau, hier so. Da so. Ich fühle mich auch nach oben. Aber warum denn keine Energie? Was soll ich denn mit 10 Gold jetzt hier? Da kann ich mir einfach nichts kaufen. Der Abstieg. Du bist weit gekommen, denn? Dein Ersteh, will ich jetzt speichern? Du bist weit gekommen, denn? An deiner Stelle würde ich jetzt speichern... Woher ich das nur weiß, ne? Jetzt können wir eigentlich aber ziemlich genau in dem Bereich sein, wo wir mit dem alten Spielstand waren. Aber da waren wir ja schon beim Dämon. Oh. Da bin ich aber gespannt, wie viel Zeit das Unterschied dann da liegt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir länger brauchen werden. Da war ja richtig ein Geniestreich vor mir. Meine Güte. Was passiert, wenn ich den drücke? Guck mal, der Kronen leuchtet wahrscheinlich runter, ne? Oh, ne? Komm, wir machen jetzt erstmal die Viecher hier unten kaputt. Okay. Aber so ein Lebensbrunnen wäre trotzdem nicht schlecht. Los. Und los geht's. Jetzt müsste ich eigentlich, glaube ich, Ruhe im Puff sein, ne? Jo. Perfekt. Hier gab's doch noch irgendwelche Zwischenbereiche, oder? Ne? Da, seht ihr? Du siehst doch. He, 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 he. Well. Hui. Okay, das war so gottverdammt knapp. Heiliger Bim Bam. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ganz ruhig, ganz ruhig, Dan. Ich darf jetzt auf jeden Fall nicht mehr sterben. Ich hab wirklich nicht mehr so viel Energie. Hui. Okay. Wenn die Kamera auch ein bisschen besser mit mir befreundet wäre. Das ist also auch ein bisschen einfacher. Aber sie mag mich offensichtlich nicht so gerne. Nun geht's wieder abwärts. Klack, 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 klack. Klack, 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 klack. Rune, rune, rune. Danke. Okay, wir haben jetzt zwei... Wo kommst du denn her? Hab ich nicht vergessen? Ich hab ich nicht vergessen. Ich hab mich nur für einen anderen Zeitpunkt aufgehoben. Genau. Oh. Jetzt willst du doch hier wieder Bumskacke. Das seh ich doch jetzt schon. Warum so viele? Kann ich denn da gut machen? Ähm. Sollen wir mal den Blitz ausprobieren? Ne. Ich bleib mal magischem Schwert. Vier übrig nur noch. Fünf, ey. Höhlenhunde. Ihr heilige Scheiße. Ach du Kacke. Okay, das ist vielleicht doch ein bisschen... Also ich glaub, doch ein bisschen viel hier grad. Okay. Man muss das glücklicherweise schon kapurtski. Stück. So. Äh. Ist das noch was? Ne, ne? Ach, die Tür ist aufgegangen. Ja, die Bomber steht, die ihr hört, ne? Ich sag ja, die Techniker sind immer noch bei uns. Ja, auch recht früh schon vorbeigekommen. Hab ich positiv überrascht. Ah. Kannst du ja so viele Sachen mal entfallen kann und so. Kack. Ich brauch mal Lebensbrunnen, ey. Echt? Die gönnen mir auch nix, ne? Schweine. Sollte ich mich nicht noch ein bisschen bumsen lassen von denen, ne? Okay, Moment. Es hat geschillt. Einen Moment. So. War ja kein Problem. Alles gut. Achso. Ich war ja noch... Ich wollte es schon erledigen. Töten nämlich. Warum gebt ihr mir keine Indank... Oh. Was ist hier? Bitte Lebensbrunnen. Bitte Lebensbrunnen. Eine Lebensflasche. Auch nicht schlecht. Ich gehe erstmal weiter. Du, 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 du. Ja, aber komm, mach mal. Das machen wir jetzt direkt. Höh. Okay. Gut, ich dachte, jetzt geht es hier auch... Okay. Ich wollte es schon sagen. Ich werde euch alle vernichten. Die Kreaturs. Uiuiui. Laserstrahl. Das ist ganz lustig. Ich hack einfach nur auf die X rum. Und genauso hackt der Dan auch einfach nur. Das finde ich gut. Was ist das? Ne, da hinten ist noch einer, ne? Ja, ja. Hau ruhig ab, Kollege. Das sind eigentlich ganz angenehm, die Gegner. Die gefallen mir. Los. Öffne dich. Danke. What the... Oh, was höre ich denn da? Bin ich dabei? Da bin ich dabei. Oh, das ist echt gut. Komm, ich will... Gib mir doch mal drei weitere Bohnen. Aber wie es aussieht, ich habe alle Lebensflaschen, ne? Also wie ich es eigentlich zumindest erwarten. Okay, hier muss ich... Ich gebe mir einen Schalter rein. Äh... 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 M-m-m-m-m... M-m-m-m-m-m-m... M-m-m-m-m... Es gibt hier so viele Bereiche, die ich nur erkunden muss eigentlich, ne? So ein Scheiß, ich denke. Kann ich von hier? Kurz gucken. Ja, von hier kam ich. Aber ich hätte nichts dagegen, auch noch weitere Lebens... Äh... Brunnen... Zu erhaschen, ne? Also ich bin doch auf dem Spiel. Achso, da soll ich durch. Pff... 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 Ähm... Äh... Äh... Pff... Ich glaube nicht, dass du klettern kannst, oder? Ne, okay. Kannst du mal aufhören, hier rumzuklippen? Aber wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Gar nicht, ne? Cool. Äh... So. Kann ich denn hier überhaupt irgendwas machen? Ich glaube nicht, ne? Ja, ich fliege dann noch aus. Äh... Ne. Hm. Ja, okay, dann sind wir hier wahrscheinlich noch falsch. Ah, okay. Oder, warte mal, vielleicht... Ändert sich da ja irgendwas durch. Aber eigentlich passiert da ja nichts, ne? Da fehlt irgendwie so ein... Irgendwas fehlt hier noch. Aber ich habe auch verschiedene Stellungen von den... Hm. 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 Ich bin so unentschlossen. Ach, keine Ahnung, guck. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Äh... Bisschen oben lang. Oh, ich bin da... Die Junge... Ach. Jeppa. Ich meine, wir sind da ziemlich, ziemlich weit runtergekommen. Beziehungsweise gibt es ja noch relativ viele Sachen, die man, glaube ich, oben noch machen kann. Kommen wir leider nicht mehr hoch. Hehe. Lustig. Ah, hier, okay. Ja, genau, hier der Scheiß. Ah, da sind sogar noch Sälen, okay. Okay. Das ist ja interessant. Ich wusste nicht, dass die sich bewegen, die Sachen. Oh. Ui, 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 ui. Oh, mein Gott. Bitte, Kamera. Oh, schau was. Los. Da, ey, mal noch. Motherfucker. Kommt, stierp. Stierp. Danke. Himmelarsch. Okay. Aber da hat die Dämonen, die, 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 da, die, da, du, da, du. Die Dämonen zumindest schon mal Kaporski gemacht. So, okay. Waren wir nochmal die Runde eben ab. Ist ja eigentlich egal, von welcher Seite ich komme, oder? Ich glaube, da oben sind das die letzten vier. Oder wie viele fehlen mir da noch? Drei, vier? Ja, ich will mich nur nochmal kurz mal anders positionieren. So. Und dann könnte ich das vielleicht sogar schaffen, den Sprung. Weil wenn nicht, dann tut ihr mir weh. Möchte ich eigentlich nicht. Ja! Ähm. Oh mein Gott. Oh. Dankeschön. Oh. Oh, ma ha. Oh, ma ha. Oh. Da war ja noch ein kleines Loch. Einer noch übrig. Hä? Da sind noch zwei, oder nicht? Vorsichtig. Du hast genug verlorene Seelen. Schalalalala. Ist das nicht toll? Boah, war das knapp. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Uncool. Uncool, uncool, uncool. Onkologie. Wo soll der denn hin? Du wachst es dich nicht zu schießen. Okay. Ja, ganz vorsichtig, genau. Ja, danke. Ey, genau so. Super. Ernsthaft. Bin ein bisschen stolz auf dich. Okay, jetzt hab ich genug verlorene Seelen. Das ist ja schon mal, erst mal ein gutes Zeichen. Jetzt trotzdem, wann mach ich denn jetzt? Ich weiß es nicht. So. So. Das haben wir schon mal. Passiert hier jetzt irgendwas Tolles? Ne. Ja komm, wo ist die Hand? Ich hatte hier noch Hände. Ah, die sind jetzt bestimmt hier noch drin, ne? Ich hab mal dorthin führte. Da, siehst du. Genau. Komm. Komm. Ey. Ey. So, dann kannst du dir das Ding hier mal angucken. Na? Du. Du bewegen. Nach hinten, um den Schalter betätigen. Vielleicht ändert sich dann auch die Struktur des Raums. Zack. Ist jetzt irgendwas passiert? Wahrscheinlich nicht, ne? Zack. Ne. Ich fühl mich irgendwie ja immer alles gleich aus. Okay. Ich hab keine Ahnung, was ich tun muss. Bin ich ehrlich. Ja, ist okay, komm. Ich zieh dir ja irgendwo mal hin. Achso. Ich wollte mich grad umgucken. Aber hier haben wir gar keinen Kopf auf dem. Hals. Scheiße, ey. Was kann ich hier tun? Da! Konnte ich jetzt irgendwo hinziehen. Oh mein Gott, okay. Was war da oben? Da. Aha. Ach, das ist ein Schalter. Okay. Bauen wir mal vielleicht eine andere Waffe. Irgendeine, die ein bisschen genauer ist. Boah, zum Beispiel. Zack. Ne, funktioniert nicht. Das ist auf jeden Fall schon ein guter Hinweis. Aber wie krieg ich denn den scheiß Raum gedreht? Mann, 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 ey. Ich muss schon wieder pullern. Das ist das Schlimmste. Okay. Nanananananana. Ja, gut, ist klar. Blick. Oder warte mal. Mit der Axt dürfte ich das wahrscheinlich hinbekommen, oder? Ups. Weil die ist ja eigentlich Guck mal. Das funktioniert auf jeden Fall sehr gut, ne? Wer hat das jetzt? Ja, gut. Komm, ich muss nochmal kurz pullern. Geht mir echt leid. Bis gleich. So. Okay, das war's schon. Ja, ich hab mir gedacht, ich geh jetzt, ähm, mal wieder zurück in den... Ja, wobei, mit der Hand... Ja, ich hab ja gar keine Hand mehr jetzt da oben. Oh, es ist doch alles scheiße, ey. Ja, irgendwo gibt's doch offensichtlich einen Schalter, mit dem ich diesen Kackraum hier drehen kann. Bäää. Also, das würde ja alles andere keinen Sinn machen. Ne, hat auch nichts gebracht. Fuck, ey. Einmal umdrehen. Zack, zack. Höp, 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 höp. Naja, man kann ihn auch nicht betätigen, einfach. Es funktioniert einfach nicht. Es interessiert ihn auch nicht. Diese Stellung, dann haben wir auch irgendein Bewandtnis. Ah, Mann. Ja, okay, komm. Ich muss nochmal zurückgehen. Aber mir fällt einfach wirklich nichts ein, wo ich jetzt hier noch was machen könnte. Habe ich noch irgendeinen Gegenstand, den ich noch einsetzen kann? Ja, die Seelen. Mh, 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 mh. Schön. Äh. Bö, 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 bö. Also, ich kann jetzt eh nicht aufhören vorher, weil ich muss das jetzt schaffen. Wenn ich jetzt schon mal hier so weit bin. Äh. So. Ding, 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 doo-doo.